moin moin tag servus und grüezi und willkommen zurück zu seven days to die im richtigen let's play mit dem lasco malzeit der jasmin den mantaris moin moin und ja mit dem nobody ja ich habe einen speer alter was schleifst bei dir 40 damage wo ist mein speer hin im kopf bei mir wahrscheinlich ich hab eigentlich ärger gut also wie versprochen jetzt im let's play auf dem server er läuft auch scheinbar flüssig oder habt ihr probleme ich bin jetzt nur geschockt ja ja okay es war ein kleiner mit dem speer und wir sehen könnt ihr haben pvp an also müssen wir aufpassen das war jetzt die brüder wir wussten das nicht ja total warte ich muss mich jetzt an die reiten so okay wie vorher wir haben das doch vorher alles beim alten alles beim alten genau unser plan sieht so weit aus wir laufen zu antares und jasmin wo sehr viele wölfe auf uns warten und das ist eine geile idee deswegen machen wir das ich übergebe das oder wir ja genau oder wir laufen ein bisschen weiter nordwestlich und laufen direkt zum händler weil das ist dieselbe richtung unterwegs machen wir den händler fertig wir haben die quest schon gemacht hier wie ihr seht unsere ersten da ihr lagerfeuer und so errichten haben wir euch jetzt mal erspart dass wir auf pflanzenfasern rumkloppen was sich der nobody dann auch bewahrt hat fürs let's play ist mir ein sperrenkopf zu rammen das ist natürlich gut und was sich lasco aufbewahrt hat ist mal wieder schnell vor mir die lootboxen zu looten ja natürlich jetzt war ich schneller aber hier im schneebium haben halt einen vorteil wirklich mit den nestern man sieht sie sehr gut ja das stimmt in der wüste eigentlich auch nicht verkehrt ja gut aber der wald muss ja irgendeinen nachteil haben da wollen wir jetzt auch hin antares ist nämlich mitten im wald gespawnt wir haben ein paar minuten wie gesagt schon gespielt mit der quest gefühlt in den ersten drei spielminuten hatte er irgendwie zehn wölfe ein geier eine infektion und war fast tot wie immer noch fast ich wollte gerade sagen wie ihr oben links an seinen lebensbalken unschwer erkennen könnt aber ich habe schon mal ich bin gerade ein bisschen geschockt gerade hat sich mein fenster und wieder maximiert ich hoffe mal dass das format nicht hin ist ja dann checkt mal die aufnahme wenn ich das so sagen darf dann müsste ich die aufnahme abbrechen das schlecht weil so weiß nebenbei beiseite kann ich das leider nicht machen na gut werden wir sehen im notfall ist die aufnahme verzerrt ja gut ansonsten wäre ich bereit sogar hier kurz zu warten dass du das okay also zombies spawn en masse wie gesagt wir haben jetzt das erste mal zu vierten server hier läuft super also jetzt merkt man eigentlich wie es flüssig laufen soll glaube ich meine roboti lief ist auch super aber ich habe das gefühl es läuft jetzt besser und da ist ein hirsch und hier muss ich kurz töten das war so schlecht ruhe da hinten hör auf zu scheinen na der ist jetzt weg ich kann gar nicht okay wird sagen wir gehen weiter zum händler auch noch einer oder kann hier ich habe so ein komischer ach so ein weibliches ja also ich versuche mich hier gerade aufs dach zu kämpfen bei der geier ich habe nur noch 26 leben also die hitbox von den stonespiers ist irgendwie blöd blöd nicht aber ich bin nicht der beste sperrjäger steinbar um die wieder aufzunehmen meine ich und ich habe einen unsichtbaren stein geworfen deswegen ist der hängen geblieben dieser unsichtbare stein war mit sicherheit ich schon wieder ob du das gut überlegt hast mit dem vp ja und ganz kurz gefragt was hast du dir eigentlich dabei gedacht den sperr mir vors gesicht zu schmeißen hast du überhaupt gedacht oder ich sag mal so ich habe auf erger drücken jetzt klappt es ist eigentlich nicht passieren dürfen ich denke schon was hat für eine begrüßung aber es war lustig ich würde sagen die häuser nehmen wir jetzt nicht mit wir laufen erstmals trade treffen also trader dann treffen wir uns erstmal in ruhe wir haben ja wie ihr sehen könnt so ein paar kilometer vor uns genau ist schon 13 uhr dadurch dass wir schon die quest gemacht haben wir haben gewartet weil jasmin mag es sich lange zu connecten sie hat dann die zeit sich dann darauf vorzubereiten und mag das einfach ist wie so ein ritual deshalb haben wir die zeit dann genutzt bis sie in game war und haben halt ein bisschen später aufgenommen was jetzt nicht schlimm ist aber dann laufen wir jetzt lieber zu euch obwohl ich gar nicht weiß ob ich richtung antarys möchte vorsicht wenn ich das richtig in erinnerung habe können hier hundis lauern ich gehe mal oh hier ist ein eber oder warte hier ist auch ein baum vorsicht eber hau nicht ja ja ich weiß man könnte man nehmen für antaris ja da haben wir mal drauf ja ich hab einen honig du auch ja geil gar das honig kommt den ist noch einer sehr gut ja ich bin jetzt hier oben auf dem dach ich versuche gerade irgendwie ja das haus sicher zu machen das ich muss mich korrigieren es hat sich doch einiges geändert zum letzten mal ich bin entschüttert hier und entsetzt ich bin stolz und danach entsetzt sehr schön jedoch was explodiert ich hab's gehört das war das im haus sind minen verteilt das ist immer schön gut dass ich nicht reingelaufen bin ja passt auch vor den dächern auch von manchen gebäude da gibt es auch die ein oder andere überraschung ja das schwarzer wolf schwarzer wolf davon haben wir viele jetzt von den schwarzen ja ich spreche die ganze zeit bekämpft die die oder was läuft auch einer rum ich bekämpfe auch sagen also den würde ich mich nicht anlegen die sind sehr böse ich bin auf dem dach da würde ich jetzt auch chillen wahrscheinlich das müsst ihr untereinander klären wie lange kennt ihr euch denn ach so ach so ja okay tschuldigung hallo und herzlich willkommen zum let's date together auf eine runde heißen kaffee er musste ich lachen es gab ja für gta san andreas diesen hot coffee mod und die sagen ja tatsächlich willst du auf einen heißen kaffee reinkommen sagen die echt da drüben statt auf eine tasse kaffee deswegen jedes mal hot coffee muss ich lachen okay ich kenne keinen menschen den kaffee kalt trinkt aus eis kaffee aber ansonsten okay ich 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 bin gleich gut ja wenn du in einem kühlraum arbeitest neben einem kühlhaus dann weißt du was kalter kaffee ist keine chance ich habe gerade gutes stück zombies aufgeweckt falls du dich im haus befindest ich bin immer noch auf der garage okay okay es ist keine schande auf ein dach zu steigen ich meine nur just saying du hast wahrscheinlich nicht gerade mal einen bogen und holzknüppel oder ein steinsperr wie ich vielleicht last action hannes aber ehrlich jetzt traust du mein spruch ich habe ihn ergänzt das stimmt ich darf mich echt nicht mehr hinten lassen ach da geht noch was was ist das denn der speer ist zwei meter geflogen also meiner meiner fliegt gut vielleicht solltest du den speer zerlegen und einen neuen machen nee stamina ist das oder stamina oh mein gott habe ich mich erschrocken das hat man gar nicht gemerkt dadurch dass du dich erschrocken hast habe ich mich erschrocken antarisch du weißt dass du hinter dir einen schwarzen bull fest ich war auf mensch ich wundere mich hatte wieso du das weiß wenn du vor mir läufst du guckst noch ja ich meine du du bist der admin big brother ist noch mal Richtung lasco und wartet ruhig ich brauche das bücherregal das nenne ich ehrgeiz mit einem steinsperr bewaffnet und jasmin auf dem dach geht es los also der händler hier der hat schon eine funktionstüchtige schmiede das ist doch mal was ja ich mache mir den direkt mal hier schön weg und speichern ich teile ich den dann gleich direkt ich weiß ihr habt andere sachen zu tun aber ich teile schon mal 1 1 1 2 leben antar ist an der stelle sei gefragt hast du schlafsack gesetzt habe ich sehr gut ich dachte ich frage gut damit haben wir unseren trader ach so talk to trader sollte ich tun er hat eine schöne hütte die würde ich gerne einnehmen kann irgendwie in keller kommen nobody und hinter einem tresen patch da kommt man hoch zu den waffen mit sicherheit hinter dem tresen da ist eine hatch unten auf dem boden da kommt man bestimmt irgendwo hier im keller da und da kommt man dazu machen schon aber wie willst du dahinter aber den kriegst du eh nur auf mit lockpicks der sache da muss im keller irgendwo gehen hier muss irgendwo von draußen oder so eine versteckte eingang sein aber da wir beim trader nichts aufschlagen können durch den schutz muss es so sein dass wir lockpicks haben um den zu öffnen die haben wir jetzt noch nicht können wir uns auch mal im hinterkopf behalten ja aber man kann also ich habe schon mal was was ich haben wollte die kampfanzughose ich habe schon wichtige sachen farbe casino token sammeln lichter wenn ihr welche habt immer raus damit kannst du gerne machen ich habe schon eine knochenklinge für dich hansmann auch gerade ich habe auch die pinke farbe weggeschmissen oder bringt die irgendwelche vorteile die ich nicht kennen ja gut dann ist das kein vorteil raus so das behalten wir erstmal noch platz nee also guck mal mein glücker sieht das auch nobody das ist einfach nur wonderful beautiful ich weiß ich fühle mich jetzt noch mehr angezogen gut nee hör auf wenn du den bogen spannst das ist nicht ist jetzt nicht mehr lustig das ist das ist nicht gut ja ein klein wenig es könnte in diesem let's play zu ärger führen komm zuletzt hat es auch kein problem das geschenk aufzuheben in der nasszelle das hat mir auch nicht geschadet jedenfalls den lebensbalken nicht wir sprechen nicht von dem lebensbalken ich verstehe ja so nette das der balken des lebens sehr geil oh man ich habe den geheimgang entdeckt im brunnen nobody guck mal wie geil hast du auch in die stations geguckt ja in die forge habe ich reingeschaut weil ab und zu sind ja die oh die ist leer hier ist eine alchemie station destroyed allerdings da kann man schon mal die labor schematik haben wir schon mal gucken wir mal wer die dann lernt im endeffekt nobody geht einfach an kisten vorbei wir haben wir haben ein crucible schon das was du für stahl herstellen brauchst du hast ja man das ist brutal guck hier oh versperrt ja wir brauchen also lockpicks dann können wir den hier immer mal looten ja wie willst denn du kannst ja nichts aufschlagen beim händler du kannst ja auch nicht du kannst du auch nicht ach so ja du musst einmal skillen ja weil ich hab lockpicks ich hab lockpicks gelootet aber auch ach so du musst lockpicks killen ja gut wir werden ja doch wieder kommen dann sind wir gewappnet aber warte mal ich kann mal gerade den test machen ohne sheet zu labern ich bin ich bin einfach zu gerade raus wir sind ja oder nimmt erst jemand auf ich wüsste nicht darum geht es nicht natürlich auch oft so schiebt also tut mir leid ihr wisst ja ich bin nicht so schnell ich brauche meine zeit da kann ich nichts zu ich habe nicht sicherlich in anderen bereichen zu gebrauchen oh hier drin ist eine stahl spitzhacke und eine werkbank schematik auch für den antarres leider nein also eine laborschematik habe ich die lerne ich jetzt aber nicht weil wir wissen aber nicht wer labor nachher machen wird so ich kann ja mal sagen was ich jetzt habe ich habe auch eine eisenspitzhacke ich habe so eine stahl spitzhacke ja ich habe einiges wenn du hunger haben solltest kann ich dir hier das geben alles gut obwohl ja doch ich esse was weil du hast mich ja übel zugerichtet ach komm hast du schon stoff und paar bandagen das wäre gut um mein maximales leben hoch zu pushen ich habe einen stoff dann sollten wir noch stoff sammeln auf dem weg und lass uns weitergehen wir haben 17 uhr ne ich habe eine wrench aber die ist fast kaputt ähm wo ist das tun soll ich dir vielleicht auch eine der pickaxes mal geben falls mal irgendwas interessant zu sehen ja klar weil ich hätte gern stahl oder iron mir egal das ist mir wurscht ne mal die stahlhacke so ach so warte mal ich meine steine können wir ist hier was drin ist hier was oh türmchen ist ein völlig cooler trader ich würde den laden am liebsten einnehmen naja ist gut gemacht bringt uns das nix gut ich geh wieder raus was schön gemacht mit dem türm können wir uns ja schon mal so festhalten die idee vielleicht brauchen wir die noch bist du schon draußen jo ok i'm on my way jo ich komm so leute jetzt kommen wir zu euch zwei kilometer trennen uns das sollte schnell machbar sein sehr gut wir haben ein bisschen mehr zeit eingestellt jetzt läuft der tag nämlich 60 minuten bei uns richtig die folgen werden länger leute haben wir nicht erwähnt richtig bis abends nachts je nachdem was anliegt und wo wir dann gerade sind oder so dass wir halt natürlich einen vernünftigen abschluss bekommen und nicht mit einem kampf irgendwo cutten aber das kennt ihr ja alles schon deshalb richtig betty dürfte sich auf jeden fall freuen sie hat immer gesagt die folgen sind ihr zu kurz sie würde am liebsten stundenlang gucken gut allerdings dann alle zwei tage ne also hier muss ich sagen der spot hat sich gerade mit den nestern gelohnt hier waren sehr viele nester auf jeden fall hier sind immer noch viele was ist das was ist das ich hab jetzt mittlerweile schon 70 federn ich hab gerade Müllfedern gefunden ich hab ich hab 50 federn also auch nicht ja perfekt dann müssen wir gleich irgendwo noch ein paar steine abbauen im großen steinfels wir haben ja jetzt die spitzhacken ich sammle schon unterwegs ja ich hab auch eine eisenspitzhacke ich kann auch steine abbauen ich hab eine stahlspitzhacke gerade bekommen vom nobody zur info ich hab auch ein repair kit wenn jemand was ganz wertvolles hat ja ich bin üblich schon überladen das gibt es doch nicht apropos nobody wenn wir jetzt schon looten wir haben vorsicht hinter dir vorsicht hinter dir bewegt dich weg 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 warte den können wir ja einmal killen hier hallo willst du einen pinken Pfeil sind die jetzt auch pink? auch keine ahnung pass auf nobody denkt bitte an pvp ja und denk an rage ja ach ja ich geh hinter dir ich denke wir können jetzt den anderen beiden auch ein bisschen entgegen kommen ja wie gesagt bleibt in eurem biome wir laufen ganze zeit durch schnee ja ok also wir bleiben im biome aber wir erkunden mal hier ob es auch mehr als hinter dir nobody hinter dir hinter dir oh ok hast du den getroffen da hast du ja gedacht der rage zu mir was ach so den die der ist einfach hingefallen also wenn ihr uns entgegen laufen wollt bleibt auf jeden fall grenze zu eurem biome wir haben die ganze zeit nur schnee oh ich bin alles klar vorsicht ich bin bio und ich bin gestunt ich muss auf seite nimm dir sofort den honig jo i do this oh ich hab nur einen Pfeil scheiße hab noch keine Pfeile gemacht warte ich stell die mal nebenbei ein sollen wir lieber weiter laufen das sind jetzt drei von denen mittlerweile sag ob die ganz nah bei mir sind nein sind sie nicht die laufen einer läuft jetzt zu dir vorsicht einer läuft zu dir einer hat sich von der gruppe geweck 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 ich wollte nur noch den honig haben achso komm wir gehen weg jetzt schluck ihn unterwegs und fertig ja ich hab ja schon einmal honig genommen jetzt hab ich nur noch ne reserve ja also ich hab auch noch einen honig und ich selber brauch auch keinen honig mehr weil ich ja gestorben bin ja aber man kann nie genug honig haben entschuldige habe ich das jetzt verpasst dass du gestorben bist ja oh ja das war so kein Problem 17 kills 1 tot oh 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 ist nicht schlimm aber ich hab es irgendwie jetzt verschwitzt lass guck mal links ja ja lass ihn lassen ne ne nicht ihn guck mal was dahinter ist ne stadt ne ne kirche ne das tier was ist denn der puma puma ja guck mal links hinter den zimmer in die richtung wo ich guck wo guckst du denn da da hinten da ist ne puma ja berglöwe puma oder what whatever oh ok dann äh ja weg hier weg hier weg hier weg hier oh ja jetzt hör ich ihn auch grade jetzt schon ein airdrop am tag 1 hast du jeden tag welche eingestellt äh ich hab eigentlich alle wie viele tage haben wir gesagt 6 ja na gut vielleicht kommt heute einer und dann tag 7 kann ich ähm pass auf leute sollen wir uns dann beim airdrop treffen äh ähm können wir zweiter airdrop ach ne ist wieder der bug im spiel drin oh oh nein oh oh das sieht nicht gut aus wenn jetzt oh hier ist wieder eine wildkatze scheiße wenn jetzt das passiert was ich denke dann haben wir problem wieso kommt noch ein ja wahrscheinlich ja bug das kann sein dass da jetzt unendlich viele airdrops kommen ja wie heftig kleine starthilfe ist das jetzt oder willst oder äh warte mal bis jetzt sind es nur zwei ich hab drei naja ne also hier sind schon ein paar mehr ok ok was sollen wir tun nobody äh erstmal bin ich in sicherheit von der nietzekatze scheiße jetzt kommt doch noch einer ja die kommen jetzt unmasse das ist kacke leute das war so nicht geplant ähm ähm machen wir so ähm wir müssen gucken dass wir die airdrops ausschalten machen wir einen kleinen cut ne airdrops ausschalten dann machen wir jetzt schnell einen kleinen cut ich renne erstmal weg um mein leben ja warte dann komm ich zu dir ähm ähm dann machen wir hier gleich einen kleinen cut bevor wir uns das spiel gleich crash jetzt haben wir halt irgendwie 6 airdrops dann machen wir die jetzt komplett aus oh der nächste kommt scheiße wir müssen schnell raus lass uns irgendwo hoch bauen oder ich hab keine frames scheiße bleibt mal stehen nobody hier ist doch nix mehr komm wir stellen uns hier auf dem felsen komm mal hier hier auf dem felsen komm felsen 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 vertraue ich nicht komm jetzt ok leute ein kleiner cut äh gleich gesagt leute geht mal alle raus wenn ihr könnt könnt ihr raus warum sollte man nicht raus können ja vielleicht seid ihr mit in action und wollt dann nicht sterben achso nö nö wir können raus gut gut also ich verlasse das spiel eben leute wir sehen uns gleich wieder nipp schnapp cut krieg mir mal ein bisschen Mais mit ne du hast Kekse auch man so ihr lieben da sind wir wieder nach dem kleinen schnitt ähm ja ich musste am server einiges einstellen und hoffe dass das jetzt passt äh denselben fehler hatte ich auch schon mal in der alpha 17 äh dass dann auf einmal obwohl sagen wir mal sechs tage oder keine ahnung wie viele tage eingestellt wurden beim airdrop auf einmal der airdrop nach fünf minuten im game los geht und dann fünf sekunden rhythmus ja äh bis sogar der server weint er ist gut mit uns meint sagen wir so ja das nach ein paar minuten glaub mir äh ist das nicht mehr gut gemeint dann kannst du dich nicht mehr bewegen zu ruckels aber kurze frage jasmin müsste noch in die gruppe äh jawohl äh hab ich gemacht jetzt musst du jasmin bestätigen ähm hast du was am tier spawn gedreht nobody äh eigentlich nein ich habe sehr sehr viele tiere wölfe gehabt also wir hatten die ja gerade äh das habe ich tatsächlich auf dem server ich finde gut aha ok das hat das wohl damit zu tun dass das nicht vom spiel läuft sondern vom server dann also das finde ich persönlich gut nobody lass uns mal da lang Richtung weil es wird gleich dunkel und äh ne hänsel und grete gegen den wald der laske und der aske du hast ein echt komisches bild von uns beiden aber süß ist es ja äh ja äh grete ja wenn du das schon mal so sagst nee ich wollte eigentlich weiter singen mit der laske aber jetzt singe ich nicht mehr weiter pech ah ja hier fühle ich mich schon wesentlich besser auf oben es ist einfach man kommt ins grüne und ist schön willst du sagen dass du frauenfeindlich bist ich nein steh auf steh auf wer ist frauenfeindlich und weshalb äh die zombies die wir hier gerade killen die sind zufälligerweise alle weiblich achso du es gibt eine folge und da stehe ich auch zu äh lasco wo ich ja lass uns mal bitte beieinander bleiben weil äh ich glaube hier ist wieder wildkatzenspawn ja wildkatzenspawn oder was ist das ne das ist ein eber ah gut ähm ich bin schon vorbeigeladen du darfst nur nicht angreifen der haut dich sonst kaputt ja ich weiß wie gesagt gibt eine folge da habe ich auf jeden fall bewiesen mit videobeweis dass die weiblichen zombies mehr ragen als männliche ich weiß nicht mehr wie die folge heißt ich suche sie euch gerne mal raus also das sind fakten das ist nicht meine meinung sondern äh das kann man eindeutig nachverfolgen im video so ein paar blümchen haben wir auch sobald jasmin den ersten punkt den master chiefs killt haben wir Tee und wenn wir den kochtopf haben haben wir ich habe schon vorsicht äh skull zombie jo 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 kochtopf habe ich schon ja geil und ich habe einen pinken boge ja das ähm und laufe hinter dir damit das unterstreicht auf jeden fall die männlichkeit allgemein ja so also es ist hall wir sind in den bergen sollen wir jetzt auf dem berg einfach bleiben sollen wir da sind nämlich zombies wenn ich nur das hier heult hier wird es schon geheult oh Gott also es sind viele zombies in den bergen damit habe ich jetzt nicht so gerechnet eigentlich ich versuche schnell hier die bergregion noch zu umgehen und vielleicht dahinter irgendwas zu sehen wenn nicht ähm ich sollte mir schon mal rootframes bauen ja und ich platziere schon mal hier einen schlafsack frames aber ich kann nur fünf scheiße dann baue ich mir drei da hinten können wir äh im notfall hinwiesenhaus ah super aber ich habe nur drei frames ich muss kurz einen baum fällen ja das ist kein problem ist kein problem ich habe welche ja aber ich ne ich mach äh hier dann kommen wir beide schnell drauf so viel braucht das ja glaube ich nicht puh wie sieht es bei euch aus seid ihr sicher für die nacht in 20 minuten ist nacht nein wir sind noch nicht sicher wir laufen noch in eure richtung da steht ein wollen wir jetzt irgendwas finden dann werden wir da erstmal bleiben ansonsten gucken wir dass wir immer weiter in eure richtung kommen alles klar ich musste gerade kurz lachen weil gerade hier vor uns ein airdrop auf dem Boden landet der noch hängen geblieben ist von gerade wahrscheinlich wir laufen auch gerade noch auf einen drauf ziehen das ist der das ist der wahrscheinlich ja äh äh zombie hast du angelockt nobody einen dicken ja jetzt kommt er zu mir erst war ja klar slushai puh mach mal die Fackel aus die brauchen wir erst wenn wir äh EP farmen wollen oh hier ist gerade alles voller Zombies und in einer Minute jawoll da ist die Nacht so wir dürften eigentlich sicher sein wenn hier keine Hedge aufs Dach führt Antares hast du nicht mal gesagt ähm dass äh Taschenlampen die Zombies ignorieren nur die Fackeln nicht oder so oder warst du da schon wieder nicht ich weiß nicht das war nicht Antares das war glaube ich war das nicht die hier äh Betty ach so kann sein auf jeden Fall habe ich eine Taschenlampe an das dürfte ja jetzt dann kein einlocken oder obwohl wenn ich in gedückter Haltung hier bin also in in Stealth Haltung bin ich jetzt bei 34 Cent und wenn ich die Taschenlampe an mache bin ich bei 50 Cent also hat das wahrscheinlich doch irgendwelche Auswirkungen äh schätze ich jetzt mal gut dann hauen wir den Loot mal hier ein bisschen raus ähm Stoffwitzen äh da hast du eine gute Idee gucken wir mal mit dem Loot ist pot people ach das hört sich ziemlich nah an als wäre der schon hier oben ich leuchte mal er ist wohl auf dem Dachboden schon Kann gut sein, dass hier einer gleich durchberichtigen Wir müssen gucken, wo das Dach kaputt geht Zur Not flicken wir das Ach tatsächlich, der Airdrop, der bei euch ist Das ist wirklich der Also wir sind ziemlich bei euch in der Nähe Ja, super, dann sehen wir uns Nächste Folge auf jeden Fall Wo seid ihr denn da hinten? Ja, 500 Meter seid ihr weg Ja, dann seht ihr den wahrscheinlich schon Auf der Karte seht ihr den, ja, alles klar Ja, genau, ja, haben wir uns ja bald Hast du noch acht Pflanzenfasern? Dann würde ich mich hier auch ins Schlafsack setzen Hier hauen sie drauf Hier kommen Hände durchs Dach, hier So, Body, ich leuchte dir, kannst du mal hier reparieren? Hier Ich sehe nicht, wo du leuchtest Schnell, hier, hier Hier geht's kaputt Schnell Okay, wir müssen kämpfen Das ist der, der uns von draußen gefolgt ist Der hat auch die Wutfram schon kaputt gehauen Genau, leuchte mal, ist besser Ja, genau Au, oh Gott Nicht auf mich Da müssen wir jetzt drauf achten Mach mal die Fackel bitte an Ne, ne, lass uns kaputt machen Der haut immer weiter Ich brauche nur ein Licht Warte mal So, komm her Boah, toll Boah, so, sehr gut Du wolltest Licht, hier ist Licht Ist alles gut? Ja, ich muss mal irgendwas essen Dann können wir jetzt auch hier rein eigentlich, ne? Ja Wollen wir das? Ja, aber ich hau mal hier den Balken weg, falls wir schnell flüchten müssen Äh, ich bin nicht der Balken, danke Ich denke, der kam ja hier oben rein Und hier Hier können sie hochkommen Hier können wir das ja mal weghauen, die Leiter Können wir gleich das Haus noch looten Und dann setzen wir hier einfach mal ein Frame hin So So Boah Gut Hier ist ein Loch Hier geht's runter Ups Ja, da kann's glaube ich nicht runter Da ist auch ein Baum Oh, ich fall gleich weg Na, ist klar Können wir auf jeden Fall das Haus mitnehmen dann Inventar, genau, wisst ihr was? Die Pflanzen können wir immer einsammeln Die hau ich jetzt hier raus Hier, die eine Sarkartoffel genauso Pflanzenfasern Äh, acht Pflanzenfasern hast du für mich? Nein, 16 Für den Fall, dass du nochmal Ah, das ist lieb Dann machen wir direkt nochmal einen Schlafsack Äh, Schlafsack Seid ihr in dem Gebäude? Ja Wir sind in einem Gebäude Und was in dem ist, weiß ich nicht Äh, Verband Ganz da daraus Achtung Okay, kommen noch mehr, Nobody Ups Ach, ich glaube, der Antares bringt die da mit Kann das sein? Wir beide Ach, komm, ich bin durch die Nacht gelaufen Ihr seid doch irre Ja, wir haben keinen Schutz gefunden Achso Ich dachte, ihr habt Ja, da seid ihr Okay, Nobody, wir müssen runterhelfen, glaube ich Jut, jut Oh, wow Runter, ja, aber nicht Alter Flying hier Egal, ist alles gut Bin da, Leute Bin da, bin da Da haben wir gedacht Wir haben eine ruhige Nacht Jasmin Ja, alles gut Alles gut, ich renne doch Was, brennend? Ne, du sollst rennen, nicht brennen Spider-Zombie! Ich renne! Spider! 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 Lass mich in Ruhe! Scheiße, ich geh weg! Ihr habt es gesehen, wie die uns immer in die Scheiße reiten, ne? Pass auf! Nicht mich! Geh weg! Geh weg! Alter! Oh nein, ich bin fast tot! Komm her, komm zu mir! Was ist das denn? Spider-Zombie! Der springt mir immer weg! Der hat Angst! Oh, da kommen noch mehr! Ganz viele! Leute, Vorschlag zur Güte! Baut euch hier hoch! Ich muss meinen Schlafsack schnell setzen! Dass ich den gebaut hab! Painkiller, Painkiller! Ich hab Gott sei Dank irgendwo einen da! Oh! Oh Gott! Level Up! Die werden ja schlimm! Der Spider, ne? Komm, schwirr du Sackratte! Der hängt mal an PvP, Leute! Äh, ja, danke! Nämlich massig schaden! Ich hab's schon erfahren dürfen! Sieht du! Ja, ich hab eben auch schon ein paar Hits von euch abgekriegt! Oh, ja, das ist, äh... Wenn man's nicht gewohnt ist, schwierig! So, ab nach oben! Da kommen die nächsten nämlich schon irgendwo! Ah, das ist ein Kriecher, okay! Ja, lass uns erstmal reingehen! Weg mit dem Frame hier! Weiß ich nicht! Die größtenteils! Wir waren oben halt, die ganze Zeit, bis ihr dann kamt! Komm rein, Jasmin! Und dann mach ich jetzt zu! Oh, behaupt mich! Alter, Leute! Nobody! Pass auf! Wie, ich! Ich noch nicht! Ja, du warst hinter mir! Ähm, darf ich... Du wolltest diese scheiße Einstellung! Ich... Ach so, okay! Ne, hat sich schon erledigt! Was? Ich wollt grad mal wissen, warum ich schon wieder volle Leben hatte! Obwohl ich eben nur noch 30 Leben hatte! Und warum? Ich habe außerdem First Aid Kit genommen! Ja, geil! Hat irgendjemand was zum Heilen? Äh... Eine Heilbandage! Ich habe ein First Aid Kit für dich! Ja, dann hau rein! Ne, gib mir mal First Aid! Die ist fast tot! Oh, man! Äh, warum ist jetzt hier ein Sekt drüber? Ah, okay! Okay, draußen Action! Ich häng mal die Fackel hier hin! Ich repariere das hier, wenn ich kann! Oh, die sind gleich um dem Dach! Um dem Dach? Ja! Die haben den einen... Oh! Ja, ich bin jetzt unten! Nein! Also, ich repariere hier den Eingang immer wieder! Kann die einer ablenken irgendwie? Von oben? Ja, ich bin schon draußen bei ihm! Ich bin schon unten! Ja! Ich bin da irgendwie zufälligerweise runtergeslidet! So! Okay, sollen wir rauskommen? Tare, spring raus! Ne, ne! Body in Gefahr! Body in Gefahr! Nicht? Alles gut! Alles gut! Alles klar! Ja! Was ist denn das für eine Kiste da unten? Die ist ein bisschen verlockend, finde ich! Der Airdrop vielleicht! Der war da hinten irgendwo, glaube ich! Ne, hier ist... Ach, da! Yo! Hattet ihr den Airdrop gelootet? Ne, also ich nicht! Tares? Nein! 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 Oh! Ich hab mir fast die Beine gebrochen! Ach du Scheiben! Ich auch vorhin! Ich wollte zu Hilfe allen und hab einen Jump des Todes gemacht, ey! Ja! Ich grad auch! Oh man! Lasko? Ja! Ich habe einen Eisenbruchspanzer, Lederhandschuhe und Leerstiefel! Super und danke zu allem, aber ich wollte den Tipp von Antares beherzigen und Stoffrüstung tragen! Aber der Nobler-Ebel ist nicht freundlich! Ich fragte jetzt einfach nur... Ja, ist ja richtig! Und dann habe ich einen Malerpinsel gefunden! Mhm! Hä? Ich weiß nicht, was soll ich damit machen? Kann ich den wegschmeißen? Oder brauchen wir den noch? Braucht ihr... Da musst du die Jungs vom Baseball fragen! Braucht ihr Malerpinsel? Später vielleicht ja! Aber eine Frage! Habt ihr echt den Airdrop nicht gelootet, weil der ist weg? Wird wahrscheinlich nur nicht... Ach so! Warte mal! Doch, den haben wir gelootet! Hat jemand Honig für mich? Radio und Zeichen! Ja, hier bitteschön! Das kennen wir ja! Hier! Danke! Kekse mit Honig passt gut! Alter, was ist... Was ist das denn? Was denn? Ich glaube, ich werde sterben, wenn ich da hinterjump, aber warte mal... Ich schaff das schon! Wie bist du? Hinterm Haus! Hinterm Haus? Oh, Vorsicht! Da ist ein Zombie im Grab! Vorsicht, Antares hinter... Links... Ich weiß... Also... Pass doch mal auf, was ich jetzt mache! Ja, ich guck! Ich hab alles auf Band! Er springt ins Grab! Na, der Antares ist da flink unterwegs, sag mal! Der... Der ist aber auch klug! Tja, der Baum ist im Weg, sonst könnte ich dir... Rückendeckung geben! Die Kiste hat sich gelohnt! Jasmin, Steinax aufwerten! Nicht Holz, genau! Alles gut! Ich hab nur gehört, dass... Ich hab nur gehört, dass du auf einem armen, leeren Woodframe rumprügelt... Er hat dir doch nichts getan! Äh, Lasko? Ja? Hast du noch Stein? Äh... Sieben! Kannst du mir zwei bitte geben? Wo bist du oben? Ja! Ich komm hoch! Hier! Äh... Bitte! Merci! Also... Unsere... Unsere Köchin! Darf ich dir Sachen geben? Köchin, komm mal nach oben! Ey, der Zombie hat einen Baum gefällt! Was geht ab mit dem? Und jetzt ist er einfach so umgefallen und gibt noch nicht mehr Erfahrungspunkte! Suizid? Passiert! So... Ähm... Vielleicht sammelst du die Sachen zum Kochen und Anpflanzen? Ich weiß es nicht! Bevor wir jetzt Loot tauschen und so, sollen wir uns einmal aus der Folge verabschieden! Weil gleich, äh... Ist morgens! Ich möchte mal einmal ganz kurz was sagen! Bevor wir uns verabschieden! Bitte! Äh... Zweier Pistole und 94 Schuss! Geil! Ja! Damit bist du schon mal ausgerüstet! Würde ich sagen... Das ist... Geil! Wenn du noch eine zweite Pistole hast, nehme ich auch 20, 30 Schuss gerne! Natürlich wäre es mit einem Dreier Jagdgewehr! Geil! Nehme ich auch! Aber das ist er der Jäger! Ja! Das ist unser Jäger hier! Er hat Vortritt! Merci! Es geht los! Es geht auf jeden Fall richtig gut los! Und es wird spannend! Antares, wenn ich jetzt auch was sagen darf! Deine Motivation hört man durchs Mikro im Kopfhörer auf dem Server überall! In der Tat! Na gut ihr Lieben! Dann sind wir auch am Ende schon der ersten Folge angekommen, die ein bisschen Airdrop-lastig war! Aber wir haben es geschafft! Und ich muss sagen, wir haben ja auch hier nicht nur einen Lucky Looter, wir haben den Last Action Lucky Looter dabei! Hannes! Und ja! Vielen Dank, dass ihr mitgezockt habt! Macht immer wieder Spaß mit euch! Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal! Jawoll! Bis zum nächsten Mal! Hammerstart! Tschüss! 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 Musik